Hier präsentieren wir die 5 besten Babydaunenschlafsäcke Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Kaiser 6536723 Einschlagdecke Star Melange Light Grey Light Blue Die Kaiser Celebrity bietet dem Baby viel Bewegungsfreiheit. Darüber hinaus kann der Schlafsack bequem aufgesetzt und mit 2 Reißverschlüssen entfernt werden. Das Kind kann sich jedoch nicht aus der Ruhetasche werfen. Dies macht eine ideale Funktionalität. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie Ihre Arme aus dem Schlafsack entfernen können. Dies schützt davor, im Sommer oder bei wärmeren Temperaturen zu heiß zu werden. Nummer 4. Alvi Baby Maxxian Thermo Schlafsack Wenn man bedenkt, dass der Schlafsack das ganze Jahr über benutzt werden kann, verdient er einen detaillierteren Checkout. Darüber hinaus kann der Schlafsack über einen längeren Zeitraum genutzt werden, da er 90 cm groß ist. Die breiten Schultern bieten dem Säugling ausreichend Bewegungsfreiheit. Es gibt zusätzlich genügend Platz in der Beinposition zum Kicken. Die Ruhetasche ist sehr einfach aufzulegen und auch dank des Reißverschlusses zu entfernen. Der Säugling kann sich nicht aus dem Schlafsack werfen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Seht Aro Adlen der Daunenschlafsack. Wenn man bedenkt, dass die Dadaunruhetasche mit dem Säugling wächst, muss sie für eine lange Zeit verwendet werden. Die Nackenschutzwärmer halten ihr Baby gemütlich und erhalten immer noch genügend Bewegungsfreiheit. Diese Daunentasche für Babys wird zusätzlich von Aro hergestellt. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Daunenruhetasche auch als transformierende Matte aufgeklappt und genutzt werden kann. Nummer 2. Tavolinken 40-543-35-110 Der Daunenschlafsack von Tavolinken ist eine Ruhetasche, die Sie das ganze Jahr über benutzen können. Es ist 60 cm lang und wird auch in Deutschland hergestellt. In der Sommersaison sorgt der Daunen für eine Kühlung Ihres Babys, während der Daunen dafür sorgt, dass es in der Wintersaison angenehm warm ist. Daher erhält Ihr Kind eine angenehme Ruhe während der Ruhe. Tavolinken ist ein deutscher Hersteller und wird für seine gute Qualität und auch die Langlebigkeit seiner Artikel verstanden. Dies bedeutet, dass Sie Top-Qualität für Ihr Kind mit dieser Daunenruhetasche erhalten. Die Käufer sind von der großen Verarbeitung und auch von den thermischen Eigenschaften überzeugt. Und die Nummer 1 unserer Liste. Klimarelle Daunenschlafsack Der Daunenschlafsack von Klimarelle ist speziell für die Wintersaison ideal. Die Daunentasche ist zu 90% mit Gänsedaunen gefüttert. Die Abdeckung besteht aus 100% Baumwolle. Ein weiterer Vorteil dieser Daunenruhetasche ist, dass sie geöffnet werden kann und eine Wechselmatte zur Verfügung steht. Dies deutet darauf hin, dass Sie das Baby nicht nachts aus dem warmen Bett nehmen müssen. Sie können es gerade verwandeln. Zusätzlich wird dieser Daunenschlafsack zusätzlich als allergiefreundlich gemacht. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.